Der Bundestag hat vor zwei Wochen offiziell abgestimmt und seine komplette Macht an die WHO abgegeben. Das deutsche Volk hat damit seine Macht verloren, unsere Demokratie ist am Ende. Die Tatsache ist wirklich äußerst dramatisch und ich will euch in diesem Video mal über alle Einzelheiten und Details aufklären. Und bevor wir einsteigen, noch eine kleine Bitte. Bitte teilt dieses Video so oft wie möglich, weil das muss wirklich jeder in Deutschland sehen, wie schlimm die Situation mit diesem neuen WHO-Vertrag ist. Die Bundesregierung hat vor zwei Wochen einen Antrag mit dem Namen Stärkung und Reform der Weltgesundheitsorganisation in den Bundestag eingebracht. Und dieser wurde dort mit 497 Fürstimmen und 68 Gegenstimmen angenommen. Und unter anderem gab es 25 Enthaltungen und 146 abwesende Politiker bei dieser extrem wichtigen Abstimmung. Und nicht anwesend bei dieser Abstimmung war unsere komplette Führungsriege. Also Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Habeck, Finanzminister Lindner, Außenministerin Baerbock, Gesundheitsminister Lauterbach, Familienministerin Paus und so weiter und so fort. Und da kann man sich natürlich berechtigterweise fragen, warum denn Deutschlands wichtigste Politiker bei der Abstimmung zu diesem sehr wichtigen Antrag einfach nicht anwesend war. Tja, das war einfach ein sehr geschickter Schachzug von diesen Personen, um sich aus der Verantwortung zu stehlen. Weil so können sie nämlich später immer sagen, ja, wir haben ja nicht dafür gestimmt. Weil die wissen nämlich ganz genau, wie schlimm dieses Gesetz ist. Also schauen wir uns mit einmal an, warum dieses Gesetz oder dieser Antrag so schlimm ist. Ja, und warum es den Untergang unserer Demokratie und unserer Freiheit bedeutet. Weil generell funktioniert es ja in unserer Demokratie so, dass das Volk Politiker wählt und diese Politiker dann regieren. Und wenn ein Politiker Mist baut, dann wird er eben abgewählt und dann kommen andere Volksvertreter an die Macht. Tja, man sagt so schön, alle Macht geht vom Volke aus. Und genau dieser Grundsatz soll jetzt aber aufgehoben werden. In Zukunft soll nämlich die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, also eine Institution, die nicht von unseren Bürgern gewählt wurde, über unsere Bürger regieren. Die WHO soll nämlich jederzeit eine Pandemie und damit auch den Notstand ausrufen können. Tja, mit all seinen dafür notwendigen Maßnahmen. Also zum Beispiel Freiheitsentzug durch Lockdowns und Ausgangssperren oder auch eine allgemeine Impfpflicht. Das heißt also, sowohl unser deutsches Grundgesetz als auch unsere Menschenrechte können dann von einer Institution eingeschränkt werden, die wir weder gewählt haben, noch der wir irgendwie vertrauen können. Also die WHO kann in jeder Zeit mit Notstandsgesetzen regieren. Und das ist genauso wie in einer Diktatur. Also in dem vom Bundestag akzeptierten Antrag steht folgendes drin. Während der Covid-19-Pandemie ist jedoch erneut deutlich geworden, dass die WHO die Fähigkeiten fehlen, ihr Mandat vollumfänglich zu erfüllen. Um den internationalen Erwartungen an die Organisation gerecht zu werden, braucht es Reformen sowie politische, personelle und finanzielle Unterstützung. Deutschland setzt sich für die Stärkung der Organisation ein, unterstützt daher den Reformprozess zur Verbesserung ihrer Strukturen und ihrer Kernkompetenzen. Das ist also quasi ein Blankoscheck für alles, was die WHO vorhat. Weil einige Sachen weiß man schon, einige Sachen weiß man auch nicht, was die vorhaben. Aber man sagt schon, egal was die machen, wir unterstützen sie. Tja, dem Beschluss zur Folge soll der Anteil der Pflichtbeiträge zum Kernbudget der WHO von 2030 bis 31 auf 50 Prozent anwachsen. Die Covid-19-Pandemie hat zudem die grundlegende Bedeutung der WHO in der Pandemieprävention, Vorsorge und Reaktion verdeutlicht. Verschiedene internationalen Foren und Gremien, darunter die G7, haben konkrete Empfehlungen zur Verbesserung der multilateralen Pandemiepolitik vorgelegt. Darauf aufbauend wurden zwei wesentliche Prozesse zur Verbesserung globaler Strukturen gestartet. Derzeit wird erstens die Novellierung der internationalen Gesundheitsvorschriften verhandelt. Und zweitens parallel laufen die Verhandlungen über ein Pandemieabkommen oder Instrument, dessen Ziel es ist, durch einen ganzheitlichen Ansatz besser auf Pandemien zu reagieren. Es ist erforderlich, dass die beiden Prozesse zur internationalen Regulierung der Bewältigung von Pandemien die leitende Rolle der WHO in der Pandemieprävention, Vorsorge und Reaktion zu berücksichtigen und zu stärken. So können die laufenden Verhandlungen zu einem Pandemieabkommen oder Instrument im Rahmen der WHO und die Regeln der IGV dazu beitragen, die Durchsetzungsfähigkeit sowie Unabhängigkeit der WHO im Falle einer Gesundheitskrise zu verbessern. Es wird also davon gesprochen, die Durchsetzungsfähigkeit sowie Unabhängigkeit der WHO zu verbessern. Es wird aber nicht gleichzeitig auch von irgendwelchen Grenzen gesprochen. Also ist zum Beispiel die Souveränität der eigenen Länder eine Grenze? Oder vielleicht deren Parlamente oder deren Gesetze? Dazu steht hier nämlich nichts. Und außerdem steht noch in dem Antrag Folgendes. Die WHO bezeichnet den Klimawandel als die größte Gesundheitsbedrohung für die Menschen und betrachtet das Pariser Abkommen als die wichtigste Gesundheitsabkommen des 21. Jahrhunderts. Also meine lieben Zuschauer, hier geht es nicht nur um die Gesundheit, sondern auch um den Klimawandel. Laut WHO ist der Klimawandel die größte gesundheitliche Bedrohung der Menschheit und eben diese WHO soll jetzt mehr Geld und mehr Macht bekommen. Und diese Macht wird dann dafür genutzt, die größte Bedrohung zu vernichten. Egal ob es die Bürger der Einzelländer wollen oder nicht. Es geht hier also nicht nur um Freiheitsentzug und Zwangsmaßnahmen bei Pandemien, sondern auch um den Klimawandel. Das heißt, die Machenschaften der WHO haben viel größere Ausmaße, als uns erzählt wird und als wir denken. Also all das Leid, was wir spätestens ab 2020 deutlich sehen konnten weltweit, fußt ja auf zwei Dingen. Erstens auf der Corona-Pandemie und auch der Energiekrise mit Begründung auf den Klimawandel. Und genau diese beiden Bereiche will man nun an eine ideologisch getriebene und nicht-demokratische Institution abgeben. Wenn du also sagst, Maskenzwang, Freiheitsentzug, Ausgangssperren und beinahe Impfpflicht fandest du extrem schlimm, dann herzlichen Glückwunsch, weil das wird es in Zukunft häufiger geben. Oder wenn du auch sagst, ein Verbrennerverbot oder Tempo 100 auf Autobahnen oder ein Heizungsverbot, das sind Mist, dann auch hier herzlichen Glückwunsch, weil davon wird es in Zukunft auch noch viel mehr geben. Und das Schöne daran ist, du kannst absolut nichts dagegen machen, weil wenn es von der WHO beschlossen wird, dann kannst du die weder wählen, noch kannst du die irgendwie abwählen. Das heißt, wenn die das beschließen, dann wird das so gemacht. Wenn also die WHO in Zukunft beschließt, dass der Fleischkonsum schlecht fürs Klima ist, dann wird das eben verboten. Oder wenn die WHO beschließt, dass die nächste Grippewelle tödlich ist und wir uns alle wöchentlich mit RMNA zwangsipfen müssen, dann ist das eben so. Und solche Spielerchen wie ein eigenes Auto oder in den Urlaub fliegen, fliegen ja, das erübrigt sich natürlich von selbst. Und das Krasse ist, es ist ja aktuell nicht mal bekannt, welche Klimaplan die WHO überhaupt hat. Und trotzdem sollen wir ihnen schon jetzt die Macht darüber geben. Das heißt, wir kaufen also sprichwörtlich die Katze im Sack. Und zu diesen ganzen unglaublichen Sachen, die sie planen, kommt auch noch ein komplett neuer Zensurapparat. Die WHO-Initiative zur Pandemieverbeugung und die Preparedness and Resilience for Emerging Threats, kurz PRED, plant den Einsatz von Social Listening Surveillance Systems, um die Kommunikation in der Öffentlichkeit auf Fehlinformationen zu überwachen. Denn ein neues Informationsökosystem, also damit sind die ganzen sozialen Medien gemeint, haben eine neue Gesundheitsbedrohung hervorgebracht, die mit Epidemien und Pandemien hergehen und als Infodemie bezeichnet werden. Die Infodemie könne sich direkt auf die Gesundheit auswirken, die Durchführung von Gegenmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheitsbehindern. Das PRED-Dokument beschreibt Fehlinformationen als eine Gesundheitsbedrohung. Das heißt, wenn du also Fehlinformationen verbreitest, dann bist du eine Gesundheitsbedrohung und die globale WHO-Gesundheitspolizei darf dann Maßnahmen gegen dich ergreifen. Als also die ganzen Querdenker 2021 behauptet hatten, dass es große Nebenwirkungen gab, dann ist das nach den neuen Kriterien so etwas wie Landesverrat oder Volksverhetzung und dann wirst du sofort einkassiert. Und dazu kommt als letztes auch noch der digitale Ausweis, vereint mit einem digitalen Impfpass, womit man dann rund um den Globus und rund um die Uhr sehen kann, wie dein Gesundheitszustand ist. Also meine lieben Zuschauer, jetzt lasst uns mal wirklich Klartext über dieses Thema reden. Weil ich selber bin ja ein sehr großer Freund davon, dass man sich bei sehr themenspezifischen und sehr komplexen Dingen natürlich von Fachexperten und von Gremien beraten lässt, die wirklich Ahnung davon haben. Aber gerade die WHO hat spätestens seit 2020 massiv gezeigt, dass sie eigentlich null Ahnung hat und zwar genau das Gegenteil. Es wurde gelogen, was das Zeug hält. Viele der Lügen sind bereits aufgeflogen und weitere Lügen fliegen jetzt aktuell immer im Wochentakt auf. Und des Weiteren wurde auch zensiert, was das Zeug hält. Menschen mit unterschiedlichen Meinungen wurden sowohl zensiert, sie wurden beschimpft, sie wurden diskriminiert und noch viele schlimmere Sachen. Und als der ganze Schwindel dann nach und nach aufgeflogen ist, hat man einfach auf Stur geschaltet und zieht seine Lügen sogar nach Hertha durch. Das heißt, es gibt keine Aufarbeitung, es gibt keine Entschuldigung und es gibt auch keinen Sinneswandel. Das musst du dir mal vorstellen. Noch im Februar 2023 verlangte die WHO von allen Staaten weltweit, dass man die Notlage, die weltweite Notlage nur mit Boostern und mit Impfen beenden kann. Und dann am 6.05. gab die WHO plötzlich das Ende der Covid-19-Pandemie bekannt, ohne dass irgendetwas Besonderes passiert war. Das heißt, die WHO bestimmt anscheinend vollkommen würkürlich, ob wir einen Notfall haben oder nicht. Das ist doch völlig geisteskrank, oder? Sowohl die WHO als auch die Gesundheitsinstitutionen der verschiedenen Länder haben in den letzten Jahren komplett versagt und die Bevölkerung hat jegliches Vertrauen in diese Institution verloren. Also die WHO ist nicht mehr vertrauenswürdig. Und dieser Institution sollen wir jetzt der Macht über unser ganzes Leben gehen? Auf gar keinen Fall. Und um es nochmal deutlich und auch bildlich zu sagen, sobald die WHO eine Krankheitslage als Pandemie einstuft, sind wir sowohl im nationalen als auch im internationalen Notfallmodus und dadurch auch im staats- und verfassungsrechtlichen Ausnahmezustand. Das ist doch keine Demokratie. Das ist eine Diktatur in Reinform. Und schauen wir uns mal an, was alles eine Pandemie sein kann. Auf Wikipedia steht dazu eine Liste mit den größten Pandemien, die es jemals gab. Platz 1 war die Pest, Platz 4 war HIV und AIDS, Platz 5 ist Corona und Platz 11, 12 und 19 sind Grippen aus verschiedenen Ländern gewesen. Du kannst also sehen, dass selbst eine Grippe als Pandemie eingestuft werden kann. Also das, was wir sowieso jedes Jahr haben und auch noch über verschiedene Monate. Das heißt, wenn die WHO will, dann kann sie fast beliebig den Notstand ausrufen und damit all unsere Menschenrechte einschränken. Und wenn du jetzt vielleicht noch denkst, ach, so schlimm wird es schon nicht werden, das ist doch weitere Zukunftsmusik. Nein, wir haben doch diesen ganzen Kram jetzt schon bereits erlebt. Die WHO hatte zu Corona-Zeiten schon den Notstand aufgerufen und danach wurde es von vielen Landesregierungen einfach bestätigt mit allen Maßnahmen, die danach kamen. Und in Zukunft braucht es dann einfach keine gewählten Vertreter mehr. Die WHO macht einfach selber, was sie will. Und zum Beispiel solche Länder wie Schweden, die ja erfolgreich sich diesen ganzen blöden Maßnahmen entziehen konnten, die wären einfach gleichgeschaltet und können sich auch nicht mehr wehren. Das heißt, wir können und wir müssen sogar jetzt aktiv Widerstand dagegen leisten. Und deswegen unter diesem Video in der Beschreibung verlinke ich dir eine Petition gegen diesen ganzen WHO-Unsinn. Ich bitte euch, diese Petition zu unterzeichnen und danach mein Video auch möglichst viel zu teilen, sodass wir so viele Unterstützer wie möglich zusammenbekommen und diesen ganzen WHO-Unsinn endlich ein Ende zu machen oder um zumindest dafür zu sorgen, dass die nicht noch mehr Macht über unser aller Leben bekommen.